Musik 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 Also ich bin hier in Aarau auf dem Mangias Musik Jetzt heisst sie Lindenhofbruck Die ist heute eröffnet worden am 24. August 2016 Die Eröffnungsfeier ist bereits vorbei Die Prominence ist abgezogen und ich mache jetzt ein persönliches Unboxing unserer neuen Fussgängerbrücke vom Bahnhof ins Torfeld Nord Jawohl Die Brücke scheint zu funktionieren Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020